Ich bin ein bisschen verdauerer. Linke Bahn der Daniel Nikolic, 560 PS im R35 GTR und sein Gegner im BMW M5 F10, der BKIM. 900 PS sind es bei ihm, 900 PS im R35 GTR. Ja, wie gesehen sind die GDR Kissen gar nicht so langsam, auch unrundig. Der GDR, eine 52,69 und der BMW, eine 266,6. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017